Mein Name ist Daniela Maletzky von der Hundeschule Rundherum Hund in Kastrup-Rauxel und ich zeige euch heute eine Übung zum Aufbau der Muskulatur und zwar das erhöhte Stehen mit den Vorderpfoten in Kombination mit dem Pfötchen geben. Die Übung bietet zum einen eine schöne sowohl körperlich als auch geistige Auslastung und Beschäftigung für den Hund, dann macht sie natürlich Spaß und fördert das gemeinsame Tun und die Konzentration des Hundes, aber sie ist natürlich auch wunderbar zum Muskelaufbau geeignet, sowohl für alte als auch für junge Hunde und die Übung hilft dem Hund ein besseres Körpergefühl zu geben, eine bessere Koordination und Beweglichkeit, das kommt dem Hund natürlich auch im Alltag zugute, wenn er sich besser bewegen kann und koordinierter bewegen kann, dann kann er sich natürlich auch viel weniger verletzen und bei sehr aufgeregten Hunden ist es auch mal ganz gut, wenn sie lernen sich gezielt und koordiniert zu bewegen. Du benötigst für deinen Hund ein paar Leckerchen, bitte nicht zu hochwertig, so dass sich der Hund nicht nur auf die Leckerchen konzentriert, außerdem benötigst du etwas, auf dem der Hund mit den Vorderpfoten bequem stehen kann, achte bitte darauf, dass es rutsch- und standfest ist und dass der Hund sich nirgends verletzen kann und dass genug Platz vorhanden ist, sodass der Hund die Übung auch gut ausführen kann. Bevor du mit der Übung startest, sollte dein Hund mit dem erhöhten Stehen schon vertraut sein und außerdem sollte er die Übung Pfötchen geben, schon beherrschen. Es ist wichtig, dass der Hund beide Pfötchen geben kann, unabhängig voneinander, damit wir nicht nur eine einseitige Belastung beziehungsweise Übung haben.